Ach, es glänzt so schön. Es kostet fast 8000 Euro und es heißt Husqvarna Hardcross 9 mit natürlich einer 38er Fox Factory. Das Ganze sieht man natürlich an diesem schönen Bronze, wie nennt man das die Farbe? Bronze, Gold, Kashima Beschichtung. Triple, Double? Das ist ein Double, also wenn man noch eine Kashima Sattelstütze rein macht, dann hat man ein Triple. So, das Ganze natürlich auch mit einem Factory-Dämpfer mit drin. Genau, der Float X2, das haben wir ja quasi beim HC8 gefilmt und das ist quasi dann die Factory-Version mit Kashima noch eins drauf. Ja, XT-Bremsen, auch da sagt der Johannes, vorher üben, bevor man da so ganz hart mal in die Eisen reingeht. Die haben nämlich kein ABS. Ne, die haben kein ABS und die Ice-Tech, die geben dann auch noch mal eine gute Bremsleistung dazu. Ich fahre sie selbst auch, zwar ohne Ice-Tech, aber sie greifen echt heftiger als erwartet. Ja. Du fährst Downhill und das ist eine Vierkolben Bremsanlage. Das heißt, die verzögert so astrein oder gut? Astrein. Also die ist, die greift einfach direkt, hat einen sehr harten Druckpunkt und einfach ein geniales Teil. Also ich fahre sehr gern mit der und werde sie auch an den anderen Rädern vermutlich anbauen. So ist das ja. Du bist bekannt Schrotti hier. Das heißt, du greifst immer gerne Ersatzteile ab, die andere Leute nicht mehr brauchen. Du wartest ja schon drauf, dass wieder neue Ersatzteile kommen. So ist es ja manchmal, oder? Ja, klar. Vieles ist aber einfach nicht mehr zu nutzen. Also wenn ich da eine Vierkolben XT-Bremse oder ein XT-Schaltwerk finde, dann ist das echt ein sehr gelungener und glücklicher Tag für mich. Aber das ist eigentlich unmöglich, so etwas zu finden, was auch noch funktioniert. So, der Seilzug ist sehr dünn geraten hier diesmal. Also es funktioniert gut mit diesem dünnen Seilzug. Welchen Seilzug meinst du? Dieser kleine Seilzug hier dran. Okay. Ja, er funktioniert und man hört es auch. Es ist eine elektrische Schaltung. Eine elektrische Schaltung. Wir klären es mal auf. Das ist das Neueste vom Neuesten. Ich hätte fast gesagt, der neuste Scheiß. Aber es ist so, dass diese elektrische Schaltung einfach nicht verstellt werden kann. Die funktioniert und funktioniert und funktioniert. Die funktioniert, funktioniert und funktioniert. Genau. Es gibt Videos, da wird ein kleiner Klapser dagegen gegeben und die richtet sich wieder aus. Vollautomatisch. Das heißt also. Ja, aber man muss den ganz normal wenig sie auch einstellen. Das heißt, wenn sich die Kette verlängert aufgrund von zum Beispiel jetzt mit den E-Bikes, weil da viel Kraft kommt, muss man das auch wieder einstellen. Aber diese Kalibrierung nach links oder rechts, das macht er natürlich selbst. Und die XT-DI2, die ist halt sehr zuverlässig. Wir zeigen mal gerade. Also das ist die Schaltung. Das ist der Trigger. Genau. Trigger. Die hängt am E-Bikes am Hauptakku und der geht dran an dem Display quasi. Der wird ans Display angeschlossen. Dann holen die das dann durch ein Kabel vom Akku wieder hoch. Den ganzen Strom. Verstehe. Du siehst natürlich auch im Display, in welchem Gang du bist. Sag mal. Das ist der Vorteil jetzt von dir. Ach so, du hast eine Ganganzeige. Ja. Ich schalte immer einen Gang, damit das Schaltwerk hinten nicht kaputt geht. Das hatte ich früher auf meinem Bonanza-Fahrrad auch. Da gab es so ein Display, wenn du gedreht hast. So, das heißt, du hast eine... Ähnlich wie die Rohloff E14, wo ich dann auf meinem Display sehe, in welchem Gang ich bin, gibt es das Ganze dann natürlich schon mit scharf. Genau. Schalt mal. Schalt mal. Schalt mal nochmal hin und her. Jetzt habe ich es scharf. Sechs, sieben. Vierten Gang. Mehr geht sowieso nicht im Moment. Ja, weil wir halt im Stehen sind, dann würden wir das Ganze... Okay, das heißt, wenn sie jetzt mal defekt sein sollte, dann kann ich sofort Privatinsolvenz anmelden oder ist sie bezahlbar? Die ist bezahlbar. Ähm. Ist genauso wie bei einer normalen XT natürlich teurer. Aber es kostet halt Geld. Aber man muss es nicht... Es kostet nur Geld. Was soll's. Ja, es ist jetzt nicht die Welt. Es ist sehr teuer. Aber wenn man sich so ein Fahrrad leisten kann, dann muss man auch eingehen, falls es wirklich kaputt geht, dass man da eben entweder nachrüstet mit einer anderen oder eben... Das gleich nochmal drauf macht. Ja, so ist es. Ähm. Das hat sich ja extrem auch fortentwickelt, muss man sagen. Also wir zeigen jetzt hier Fahrräder mit einem Preis von fast 9.000 Euro. Ich zeig's mal grad. Äh. Ne. 8.000. 8.000 oder 9.000. Das ist jetzt auch egal, oder? Ja, aber es ist halt auch ein Enduro-Fahrrad, ne. Und mit den Teilen, die da dran verbaut sind, da gehen wir wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre auch Richtung 10.000, 11.000 Euro mit der gleichen Ausstattung durch quasi diese Inflation, die da ist. Und alle Rohstoffe sind knapp und die werden Tag zu Tag teurer. Ah, du, du, du malst ja voll den Teufel an die Wand. Ja, was ist jetzt passiert? Ja, das ist in der Realität. Äh. Nudeln sind ja auch 25 Prozent teurer geworden oder werden demnächst... Stimmt. Das ist, äh, das ist der Beweis, ja. Kasil ist teurer geworden, äh, Holz ist... Sprit. Sprit, äh, dann natürlich auch, äh, Holz, Alu, alles Lithium. Also Majid sagt, greifen Sie zu für 7,599 Euro, bevor es ein anderer tut. Ne, tatsächlich... Fahrrad, aber wenn Sie jetzt Bargeld daheim haben, sollen Sie sich überlegen, was Sie mit dem Bargeld machen, weil Sie werden demnächst jährlich 10 Prozent verlieren. Das ist Fakt. Ja, vielleicht nicht ganz so viel. Wir schauen mal. Also da ist ein starker Motor drin, was da drin? Da ist ein starker Motor drin, das ist der EP8, der neue, der quasi auch kleiner geworden ist, damit ich auch jetzt bei so einem HC-Reihe, wo ich 180 Millimeter Fedeweg habe, auch quasi die Bodenfreiheit habe. Die ist super leise im Vergleich zu Bosch. Und, äh, vom Fahrverhalten her ist es halt sehr, sehr natürlich. 85 auch? 85 Newtonmeter, genau. Und ich kann auch zwei individuelle Modis quasi mit diesem Display dann einstellen. Das ist dann Bluetooth gesteuert. Das kann ich mit dem Handy verbinden. Genau. Kann ich mit dem Handy verbinden, dann habe ich auch zwei individuelle Modis, wo ich dann einstellen kann. Bei D&R KMH kannst du sowieso so viel unterstützen und, und, und. Das ist der Schalter, drauf, runter. Das ist der Schalter. Bei Shimano haben wir ja nur drei, finden wir jetzt sehr gut. Das ist halt sehr clean gehalten. Drei? Wo ist das dritte? Äh, also drei Stufen, meine ich. Ah, drei Stufen. Ego, Trail und Boost. Mehr haben wir nicht. Plus die zwei Stufen, die ich einstellen kann. Genau. Zwei individuelle kann ich noch einstellen. Doch, fünf. Ja, mit den individuellen. Und bei Bosch habe ich ja fünf normale und dann quasi dann individuelle mit, bei Bosch. Ja, kommen wir mal auf die Gabel. Ähm, Fox 38. Da, äh, ich sag mal, die würdest du jetzt, wenn du die als Schrotti bekämpfst, schon mal ausbauen, ne? Definitiv. Auch wenn sie wirklich Schrott ist. Ähm. Man kann sie reparieren. Auch wenn sie irreparabel ist, ich würd sie bei mir irgendwo. An die Wand hängen. Genau. Das ist eine schöne Gabel. Ähm. Ja. Tut das, was sie soll. Was 38 ist, ne? Wurde ja sehr offen in den Kommentaren geschrieben. Was ist 36? Das ist der Standrohrdurchmesser. Ja. Der Durchmesser. Ich dachte, das Baujahr, der, der ersten Gabel. Genau. Ne, das ist der Standrohrdurchmesser und natürlich hier, ähm, dicker das Ganze wird, desto standfester wird es. Ich zeig mal gerade, was schön ist. Hier ist eine 40er irgendwo drin. Ne, 60er ist bei dem Downhill. 40er ist beim Downhill. Hier ist auch eine 38, hier ist auch eine 38. Hier habe ich eine 36 normal. Ja. Ähm. Das sieht man schon, ist ein bisschen dünner. Bisschen dünner. Und dann gibt's 34. Gestern haben wir 32er bei einem Hardtail Simplon gedreht. Und es gibt natürlich den 40er beim Downhill. Und es gibt die 49er. Das ist aber die 40er für 29 Zoll. Die hat aber trotzdem 40er Standrohre. Also, genau. Die nennt sich 49. 49? Die will ich haben, weil die, die ist mehr wie 40. So, also, das heißt, ich habe ein wirklich ganz tolles System, was ich wirklich von Bretthard bis exakt einstellen kann. Also, wie ich es gerne hätte. Viele Profis verbringen ja erst mal zwei, drei Stunden auf dem Bikepark, um die einzustellen, oder? Ähm, ja. Wenn sie richtige Profis sind, dann wissen sie natürlich vorher, wie sie sie ungefähr einstellen. Dann brauchen sie nicht zwei Stunden, sondern nur eineinhalb vielleicht. Aber man braucht ein bisschen Zeit. Man braucht Zeit dafür, genau. Wir sagen immer den ganzen Tag. Ja, viele Laien übrigens brauchen nur zwei Minuten dafür. Die nehme ich einfach einen Fingernagel und halten unten aufs Ventil drauf. Und dann ist sie eingestellt. Genau, dann ist sie natürlich eingestellt. Ne, ähm, sollte man nicht machen. So, die ist, die, 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 die ist luftunterstützt. Das heißt, da ist richtig Druck drauf. 20 Bar ist da nix, äh, beim Dämpfer zum Beispiel. Beim Dämpfer sind es keine 20 Bar. Ne. Wie viel? Das weiß ich jetzt bei ihm nicht so genau. 16, 17 Bar, ja. Also, 350 PSI vermutlich. Äh, Dämpfer oder Gabel? Dämpfer, Dämpfer. Achso, gut. Aber bei Gabel ist es so, es gibt Gabel, die kannst du bis 20 hoch pushen. Die haben so meistens 5, 6 Bar. Ne, ne, von mir ist schon wenig. Da muss ich eine sehr kleine Gute haben. Bis, es gibt schon Gabel, wo du dann bis 20 Bar reinmachen kannst. Und hinten dann auch, je nach, äh, Dings. Aber bitte, 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 bitte. Hatten wir jetzt zum Beispiel beim Santor Duralux. Ähm, die haben eine andere Kartusche. Und der Kunde hat einfach das, was er auf seinem Fox 40er drauf gemacht hat, bei einem Santor Duralux drauf gemacht. Und das ist dann geplatzt. Bitte bei jeder Gabel nachschauen, wie viel Bar die Gabel ab kann. Weil jede Gabel ist unterschiedlich. Ganz wichtig. Weil wir haben zum Beispiel einen Überlaufbehälter. Manche haben kleine Kartusche, manche haben größere Kartusche. Und da kommen halt unterschiedliche Druckstufen rein. Und deswegen muss man... Der Faden ist dann direkt groß. Man kann nicht mehr fahren. Das ist viel schlimmer. Ähm, das Ding liegt dann auf dem Boden. Ganz viele kommen sogar mit den Pedalen in der Kurve auf dem Boden drauf. A, weil sie es nicht hochgehalten haben. Und B, natürlich, weil der Dämpfer leer ist. Das habt ihr ganz oft, dass die Leute also sagen, uh, ich habe gar kein richtiges Fahrgefühl. Und dann kommt ihr hin, da ist viel zu wenig Luft auf dem Dämpfer. Ja, ähm, die fahren mit zu wenig Luft, ähm, dann sackt das Ganze auch schon ein. Und das ist auch nicht gut für den Dämpfer und die Gabel, weil eben ein bisschen Luft immer drin sein sollte. Gibt es eine Mindestangabe meistens. Und die sollte man auch einhalten. So, und da ist ein ordentlicher Reifen drauf. Was ist da drauf? Da ist ein Minion DHF vorne drauf. Hinten wird ein DHR 2 drauf sein. Das ist, äh, die Downhill- beziehungsweise Enduro-Ausführung von Maxxis. Wird eigentlich Downhill beschrieben, aber ist eben auch bei Enduro verbaut. Und Freeride. Hat super Grip und fahren sehr viele, also ist sehr beliebt. Und es hat ein Horstlenk. Ja. Ja. Ja, ja, es gibt ein Horstlenk-Video. Aber das kann auch vom Kollegen Kai. Der Kollege Kai Gimler am besten erklären. So, da ist die Ladebuchse. Was ist da von der Batterie drin? Was für ein Akku? Äh, wir haben die jetzt in 630 Wh von Simplo. Und ich kann ihn sowohl am Batterie laden, wenn ich den Akku rausnehme. Batterie ist ja nicht... Also Batterie und Akku sind jetzt nicht. Ja, das ist für mich ja das selbe. Ich nehme es jetzt anonym. 68 geboren, da heißt immer Batterie. Oder ich kann es hier am Rahmen laden. Es heißt ja auch Auto-Batterie und nicht Auto-Akku. Ja. Das ist ja der Beweis. So, das Ganze ist aus Alu. Das Ganze ist aus Alu. Wir haben jetzt einen Alu-Rahmen. Wie wir es von Husqvarna kennen. Also hier oben ist es halt Schwerkraft gegossen. Schwerkraft gegossen. Das heißt nicht hydroverformend, sondern Schwerkraft gegossen. Dieses Teil hier oben, ja. Gehört. Durch Gravity Casting. Heißig Segel hat gar keine Schweißnähte. Und der Rahmen ist dann einfach in Premium-Klasse. Es sieht auch natürlich viel, viel, viel schöner aus, als wäre es ein Carbon-Rahmen. Wir haben den Einschaltknopf jetzt von Shimano, den wir jetzt kennen. Finden wir auch sehr schön. Es gehört einfach zu einem Fahrrad hin. Es sollte etwas haben, was normale Räder nicht haben. Ja gut, die Stelle ist auch gar nicht schlecht gewählt. Die Stelle ist auch nicht schlecht gewählt. Und es macht auch Spaß, jeden Morgen das Fahrrad anzumachen. Von KS. Die Sattelstütze. Die Sattelstütze. Zeig mal bitte, wie die funktioniert. Das ist der Hochwertige. Da drückst du dann natürlich schon den Trigger drauf. Macht der Johannes, weil er auf die andere Seite. Und da kann ich den Sattel hoch und runter fahren. Bitte, bitte, bitte. Das hat man jetzt sehr oft. Dass die Leute jetzt im Winter, wenn sie das Fahrrad im Keller lagern, das runterfahren und so lassen. Da gehen die Dichtung kaputt. Bitte, bitte immer hochfahren. Verstanden. Und dann, joa. Bei den Bremsen haben wir schon die Bremsen gezeigt. Ja, Ice-Tag. Die XD-Ice-Tag. Ice-Tag, wenn sich die Leute fragen, was ist das? Das sind quasi diese extra Kühlrippen. Es gibt die normale XD und dann gibt es die Ice-Tag-Scheiben und auch die Belege. Durch diese Kühlrippen habe ich dann natürlich noch mehr Material, wo die Wärme abfließen kann. Und die wirbeln natürlich die Luft nochmal auf, wo ich dann noch schneller die Scheibe kühlen kann. Und wenn die Scheibe kühl ist, habe ich natürlich noch mehr Performance. Wenn man jetzt ungefähr 20 Kilometer bergab fährt. In den letzten Kilometern merkt man dann, wenn die Scheibe so richtig heiß geworden ist, dass man eine Performance verliert. Und die Ice-Tag, die gibt dann nochmal Performance drauf. Und die Scheiben genauso, die können wir auch hier zeigen. Die haben natürlich auch Kühlrippen, damit die Wärme schneller abführt. Du fährst genau diese Bremse. Ich fahre genau diese Bremse, genau. Aber nicht die Bremsscheibe, noch nicht. Ja, dank das Gehalt noch nicht. Aber das ist zu klären mit Majid. Er hat nämlich eben schon genickt, hat gesagt, ja, kein Problem. Du kriegst kostenfrei direkt mal zwei Ice-Tag zugestellt, sobald sie als Schrott reinkommen. Genau, tatsächlich habe ich eine zu Hause, die ist verbogen. Also die ist auch nicht mehr zurechtzubiegen, genau. Jetzt ist aber so, auch eine Bremsscheibe verschleißt schon mal. Das ist das, was viele nicht wissen. Die wird dünner und dann wird sie schneller heiß. Genau, da gibt es eine Mindesttiefe, beziehungsweise Mindestdicke. Sobald die überschritten wird, kann man ganz einfach mit einem Messschieber auch nachmessen. Soll man und muss man eigentlich die Bremsscheibe direkt wechseln? Jede Bremsscheibe ist anders. Googeln, welche Bremsscheibe ich habe und welche Mindestdicke ich da haben soll. Also nicht nur Durchmesser, sondern? Bei Magura ist es genau anders als bei Shimano und auch anders wie bei SRAM. Das sollte man immer gucken, aber in der Regel haben wir es jetzt sehr oft in letzter Zeit, dass die Leute Metall auf Metall fahren und schon bei dem ersten Bremsbelag die Scheibe kaputt ist. Ich bringe mal was mit, da können wir es zeigen. Genau, bringe mal mit und wir unterhalten uns mal über die Art und Weise, wie ich am schnellsten eine Ritzelkassette zerstören kann. Klär mich mal auf beim E-Bike mit 85 Newtonmeter. Wie geht es am schnellsten? Turbomodus, selbst nichts unbedingt machen und im untersten Ritzel, beziehungsweise in den untersten Ritzeln, volle Kanne starten. So, dann lenkt sich die Kette schön und zerstört danach Ritzel für Ritzel. Genau, die zerstört wirklich Ritzel für Ritzel und es macht einfach keinen Spaß zu sehen, wie die Leute teilweise wirklich einfach nur auf den unteren drei Gängen durchgehend fahren, also auch beim Anfahren. Die Frage ist, warum du mich jetzt gerade anschaust dabei. Das ist doch gemein. Das heißt, man sollte mehr schalten, oder? Man sollte mehr schalten, ja. Also an die Ampel kommen, direkt mal in den zwölften Gang, muss ja nicht sein, aber vielleicht mal nicht die ersten vier Ritzel, oder? Nee, am besten das erste Ritzel, oberste, also mit den meisten zehn. Ist manchmal blöd anzufahren, da nimmt man halt das zweite oder das dritte, aber wirklich versuchen, so schnell wie möglich eben oben zu landen und dort auch immer wieder anzufahren. Ist das Schaden, die Kassette, die kostet ein bisschen was? Die kostet ein bisschen was. Das ist eine XT, ja, die kostet 100 ungefähr, aufwärts. So, man kann aber übrigens auch, die kleinen Ritzel kann man einzeln tauschen, die gibt es auch einzeln, die gab es mal einzeln, sag ich mal. Ja, das haben wir sehr oft, das ist das Problem. Die waren jetzt entlieferbar und viele Kunden hatten natürlich, wie sich gehört, immer kleinste Ritzel abgefahren. Und dann mussten sie natürlich eine Kassette kaufen bei uns, aber wir haben die Kassette natürlich mitgegeben, damit sie in Zukunft, wenn sie wieder lieferbar sind, die Kassette benutzen können. Die Hornets hat ja erklärt, also viele fahren am größten Gang, was man früher nicht gemacht hat und fahren dann gleich Turbo. Früher bei einem normalen Fahrrad war es ja nicht möglich. Du musst es runterschalten, um überhaupt vorwärts zu kommen. Aber mittlerweile schalten alle Turbo und dann ist der hier am meisten verschlissen. Was natürlich toll ist, ist immer, dass die Leute dann so lange fahren, bis die Kette überspringt. Das hört man dann, macht so knack, knack, knack. Und dann kann man davon ausgehen, ist die Kette kaputt, das Ritzelpaket kaputt und natürlich das Vorderritzel auch noch. Ja, das kann auch natürlich verschleißen. Und das Schlimmste ist, sobald eine Sache kaputt geht und man ist immer weiter provoziert, leiden die anderen Sachen auch enormst darunter. Sie haben aufgeklärt, das ist was. Bitte mal ganz still halten. Halt mal ganz still, dass man mal sehen kann. Metall auf Metall. Aber ich war schon Kolben an Scheibe dran. Es waren mal Bremsbeläge. Das kommt nicht selten vor, oder? Das ist sehr oft mittlerweile, weil einfach durch E-Bike man andere Durchschnittsgeschwindigkeiten fährt. Bitte mal ganz still halten. Ich zeige mal gerade das da. Das ist wirklich sehenswert. Das kommt ins Majid-Barg-Museum. Ja, aber echt kalt. Das war echt, das war schon. Da war wirklich der Kolben an der Bremsscheibe. Und die Bremsscheibe, die hätte man noch retten können, wenn man rechtzeitig die Belege gewechselt hätte. Frage, Bunkern, Beläge, macht das Sinn der heutigen Zeit? Ist das so wertvoll wie Platin? Ja, wird sehr schön. Also bunkert sie. Macht es nicht. Bitte was? Mehreren Gründen. Wenn die ein bisschen älter werden, wenn sie so... Ja, aber bevor ich gar keine habe? Ja, ein Stück hast ja Bunkern. Ein Stück kann man wohl. Wenn jetzt ein Bremsbelag ungefähr fünf, sechs Jahre rumliegt, wird einfach hart und das merken. Ja, so lange ja nicht. Eine Bremsscheibe kann man belagern. Es gibt verschiedene Härten von den Bremsbelägen. Klär mich da mal auf. Es gibt auch verschiedene Materialien, die sind dann gesintert. Entweder organisch oder auch... Ja, Metall. Metall. Organisch oder Metall. Und es gibt noch Resin gibt es noch. Und da muss man auch gucken, welche ich nehme. Die haben ja auch verschiedene Einsatzzwecke. Zum Beispiel bei Magura, verschiedene Farben, Trail. Also ich nehme immer die härteste. Der Vorteil, die hält am längsten. Nee, nicht unbedingt. Nee? Es kommt auch oft die Bremsscheibe drauf an. Man darf die nicht immer untereinander mischen. Okay. Also man muss aufpassen, dass das auch... Darf ich die Bremsscheibe von vorne nach hinten tauschen? Das dürfte man. Okay, das dürfte man. Also wenn die hinten ist, ist ja meistens dicker. Je nachdem. Wenn man jetzt eine Center-Lock hat und die, beziehungsweise eine Sechs-Lock, und die dann dreht, das hier ist eine Center-Lock, eine Sechs-Lock wird verschraubt, die könnte man theoretisch drehen. Aber wenn du jetzt vorne mit hinten das Rad meinst, dann dürftest du es theoretisch tauschen. Würde ich aber auch nicht machen. Die Frage, wozu? Gut, ich mache bei mir beim Fahrzeug, tausche ich immer die Reifen diagonal. Warum machst du das? Keine Ahnung, hat Opa auch schon gemacht. Okay, alles klar. Ja, dann könntest du auch hier machen, wenn sie es wollen. Es gibt so einen alten Witz, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und eine Frau schneidet bei einem Braten immer die Ecken ab. Du weißt, warum? Nein. Weil die Oma es auch schon gemacht hat. So, dann fragt sie dann irgendwann mal, Oma ist dann am Bett und so weiter, also kurz vorm Sterben, und hat ihr Leben lang immer den Braten abgeschnitten an den Ecken, hat ihn dann in den Topf reingelegt und so weiter und so fort. Und hat dann irgendwann mal die Mutter gefragt, wieso schneiden wir eigentlich die Ecken ab? Sagt die Mutter, da musste die Oma fragen. Sagt sie, oh, schnell, schnell, geht zur Oma. Weißt du, was Oma sagt? Und sie schneiden seit Jahrzehnten die Ecken ab. Musst du die Oma fragen. Der Braten ging nicht in den Topf. Ach, Gott. Ciao. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.